Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Hier am 14.03.2019, an einem Donnerstag, hört ihr die 581. Und ich habe die folgenden Themen mitgebracht. To-Do, E-Voting, Malware, Simsme, Spotify und Störungen. Zweitens beginne ich mit einer coolen Meldung aus dem Hause Microsoft, dessen To-Do-Liste ich also fleissig gebrauche. To-Do von Microsoft hat ein cooles neues Feature. Wenn ihr eine E-Mail im Posteingang mit einem Fähnchen verseht, was ich generell sehr viel und fleissig mache, nicht drüben bei Outlook, sondern bei Apple Mail zum Beispiel, habt ihr auch unterschiedliche Farben etc., dann wird davon automatisch ein To-Do-Eintrag erstellt. Quasi ein Link dann eben rüber zu der E-Mail. Wenn das noch mit fremden Mails-Adressen funktionieren würde, würde ich ziemlich schnell da rüber wechseln mit meinen Mails, weil ich finde das sehr praktisch und mache da einen grösseren Umweg in der Richtung, um das zu erreichen. Das ist natürlich eine coole Funktion. Leider aber, und jetzt ein bisschen traurig, nicht für Privatanwender, sondern für Office 365, Bildungs- und Unternehmenskonten. Microsoft macht das weiter auch in die andere Richtung. Das finde ich cool. Dann haben Hacker, und zwar kanadische Sicherheitsexperten, eine kritische Lücke im Schweizer E-Voting-System von der Schweizer Post gefunden. Die haben ja aufgerufen, dass man da, auch wenn nur mit Begrenzzugang, nach Lücken und Fehler suchen soll. Und das wurde jetzt eben gefunden. Wer sich da ein bisschen genauer einlesen möchte, was da der Fehler ist und wo der Fehler ist, dazu ein Link in der heutigen Folge auf deli.geekdog.ch oder im Podcatcher deiner Wahl. Die Malware-Angriffe auf Smartphones haben sich im Jahre 2018 verdoppelt. Das sagt zumindest Kaspersky Labs. Gut, die wollen natürlich ihre eigenen Produkte verkaufen, machen aber dennoch immer wieder gute und interessante Researchs in dem Bereich und bringen da eben Zahlen raus. Auch da, wer sich genauer einlesen möchte, wo das Ganze passiert ist in Folge von Trojanern etc., das kann man nachlesen bei uns in den Shownotes. Das würde jetzt den Rahmen der Daily-Folge sprengen. Die Deutsche Post hat ja im Jahre, war das glaube ich 2014, einen eigenen Messenger rausgeworfen. Sims.me hieß der oder heisst der immer noch und der wird jetzt verkauft. Das Ganze, oder wurde verkauft, besser gesagt, über den Kaufpreis wurde nicht gross gesprochen, sprich Stillschweigen vereinbart. Und ja, gab es überhaupt jemanden von euch, der darüber kommuniziert hat? Wenn ja, bitte unbedingt über Social Media, über Kommentare oder über E-Mail an mich. Das würde mich doch Wunder nehmen. Mir ist der nie wirklich über den Weg gelaufen. Kein Wunder, ich wohne ja auch nicht in Deutschland. Spotify hat bei der EU-Wettbewerbskommission eine Beschwerde eingereicht, und zwar, dass Apple nicht verhandelt. Zum einen geben sie Dinge vor in ihrem App Store, zum anderen aber nutzen sie die eigenen Möglichkeiten. Dienste wie Uber usw., die Dienstleistungen oder Waren anbieten in ihren Apps, die haben die Möglichkeit, die 30% an Apple nicht abgeben zu müssen, wegen eben Bestimmungen. Anders schaut es eben aus, bei Musikdiensten wie jetzt eben Spotify, die dürfen die 30% abgeben. Anscheinend konnte man sich mit Apple darüber nicht einigen, da eine andere Lösung zu finden, und deshalb blieb Spotify nur noch die Möglichkeit, da Klage einzureichen, oder eben Beschwerde einzureichen, welche jetzt die Wettbewerbskommission zu prüfen hat. Das wird definitiv spannend, wie das ausgeht. Da sind ja sicherlich noch die eine oder andere App, die das ähnlich handhaben würde. Grundsätzlich ist das halt ein Ding, ja, Hausrecht. Apple bietet die Möglichkeit an. Spotify könnte ja auch einen ganz anderen Weg wählen. Keine Ahnung wie, aber vielleicht über die, ja, den Browser, keine Ahnung, die Kunden zu erreichen. Ich meine, das kostet natürlich auch ein bisschen. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar Störungen zu vermelden. Zwei an der Zahl, genauer gesagt. Bei Facebook und bei Instagram gab es gestern gegen späteren Abend anscheinend Störungen. Zumindest konnte ich bei Instagram nichts nachvollziehen. Bei Facebook schon. Da sind so ziemlich alle Seiten, die ich betreibe. Offline und auch mein privates Profil war irgendwie nicht ganz, ja, erreichbar. Man hat die Aussage gemacht, man arbeitet daran und ich denke doch, wenn ihr morgens aufwacht und diesen Podcast hört, ab 4 Uhr, sollte das wieder gefixt sein. Ansonsten müsste es was Heftigeres gewesen sein. Wir dürfen natürlich gespannt sein, was da passiert. Und ja, Twitter hat fleissig gelebt während der Zeit. Gestern Abend kamen viele, viele Tweets rein, die normalerweise in der Anzahl zu einem Sonntag nicht normalerweise rauskommen. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich habe heute ein kleines anderes Setup genutzt. Mal schauen, wie das Ganze klingt. Ich bin extrem gespannt. Ja, ist mal was Mobiles, Aktuelles, was ich gerade am Testen bin an Mikrofonen. Wie gesagt, ich bin gespannt und werde es selber reinhören. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag und hoffentlich hören wir uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.